Hallo, ich bin Matthias. Ich bin Thomas. Wir wollen mit euch beim Maustüröffner-Tag mal mit Robotern ausprobieren. Dazu kommt ihr einfach in dieses Zoom-Mit-Ding rein und solltet dann ungefähr sowas sehen, was ihr jetzt hier auch in dem Video seht. Eine Oberfläche mit ein paar Tasten, die könnt ihr auf der Tastatur drücken und dann seht ihr im Bild den Roboter fahren. So wie jetzt hier, ihr drückt einfach nach oben, der Roboter fährt nach oben, zur Seite, nach unten und nach rechts. Dabei müsst ihr noch die Farbe treffen und wenn ihr durch die Farbe durchgefahren seid, dann nimmt der Roboter die Farbe mit, sozusagen an seinem Gehäuse und damit malt ihr dann das Bild ein bisschen chaotisch, aber sehr schön. Und wir haben das schon ziemlich oft mit einer ganzen Menge Kindern gemacht, allerdings immer in Präsenz. Also das heißt, die Kinder waren hier. Wir haben das noch nie mit Kindern übers Internet gemacht. Probieren das mit euch zusammen mal aus, hoffen, dass das gut funktioniert und wünschen euch viel Spaß dabei. Genau, viel Spaß und wir sehen uns gleich.